hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von agrarian skybox auf dem ftb server so wir hatten ja letztes mal diese quest hier erfolgreich fertig es gibt die neue quest und zwar gut er küken ja wir müssen auf jeden fall kill 1 glättern und kill 1 um die man deswegen werde ich mir jetzt hier das mal eine axbähe und schöne ex spitzhecke jetzt gehen wir mal auf monsterjogd würde ich sagen gucken wir doch mal ein bisschen dürfte sich denn gar nicht sehen kann wie viel prozent muss ich noch mal gucken was geht denn hier ab und geht denn hier aber sind die dat hier für für lebewesen ja ist klar ja 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 jung ja 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 also was hier schon wieder abgeht ist ja unglaublich auf was ist denn hier bitte ja 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 das ist mir schon klar die verwundet das ist auf jeden Fall nicht einfach hier löschen 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 so hab ich doch gemacht also auch den habe ich gekillt übrigens hier steht mob part i have friendly need to get smalls you will need to hold a place for them to spawn ja 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 aber ich habe doch aber das ist klar gut aber eigentlich könnten wir auch hier also ich brauche ein croc und ich so das machen ein croc ist ganz einfach 2 fällt mir ein wie baue ich denn ein entweder ist es das kaputt oder so das ist kaputt im knochen das schneller hin so ich werde mal ganz kurz mal ich weiß nicht man es ist einfach ich sehen kann auch ein schneller kurs aus der kopf auf sagte ich ja so ob es auch ein texture pack liegt da muss ich das noch mal ändern weil er nicht sehen kann ich brauche mit was abzubauen computer bitte da kann ich hier wenigstens zu sehen kann ich auch hier wieder durchguckt das mal der schilder ich bin noch nicht mit dem schiller nicht ganz zufrieden natürlich toll ich nehme mal hier ja nicht rein fein alter okay kind of schuldig ja Ah Ich bin so doof, man, ich bin so doof. Jetzt habe ich gerade kein Essen mehr. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ich bin verhungert. Oder hat man nur 10 und dann ist es vorbei. Das wäre lustig. Dann war es ein kurzes Spiel. Vor allem, wenn man hier so super Dinge auftauchen, die einen umbringen. Dann tauchen wir jetzt gleich wieder. Dann ist es ein kurzes Spiel. Dann ist es nicht so gut, das zu essen. Dann wollen wir hin. Noch nicht so schnell sein hier mal. Nein, so ein Ding zu kriegen. Das ist unglaublich. Das ist irgendwie unglaublich. Eichenbaum. Eiche. Fichte. Birke. Eiche. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erschaffe eine Kuh, das ist doch schon mal toll Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will doch eigentlich nur... Ich will doch nur... Ich will doch nur... Das ist alles so schwierig... Wir haben auch schon mal die zweite Folge fertig hier... Nichts geschafft, außer doch der Quest abgeschlossen... Und auch nicht hoch... Ich will doch nicht... Ich will doch nicht... Das sagt bloß ich vier kaputt... Also... Naja, um die ich jetzt so... Ich bin ja Jahre dabei... So... 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 So, ja, das ist unglaublich. So, ja, das ist unglaublich. Also, wenn sich das nicht lohnt. Oh nein, ich muss mal einen Apfel essen. Damit weiß ich auch nicht mehr. Ist wieder kaputt. Ach, das war der falsche, das war ganz rechts. Ganz rechts. Ach so, brauche ich auch noch einmal. Warum ist da oben ein Creeper drauf? Ja. Dann haben wir hier. So ein, so ein, so ein ein. Ich bin natürlich wieder so richtig schlau. Weizenkörner, die ich habe. Sugar. Weizen. 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 Maus. Aber schau mal, Weizen kann ich essen. Deswegen werden wir die Weizen nehmen. Gib mir das jetzt. Ich hab noch keine Fehl. Warte mal, ich hab doch aber auch... Kann ich jetzt einfach diese Dinger hier nehmen? Und die da vielleicht reinsetzen? Das wär doch cool. Jo, auf jeden. Ich komm bei dir hin und ich draufe. Ja, ich hab' noch nie. Dann wird doch noch nie hier sein. Schau mal. Jetzt wird doch noch ein Ahmet ab. Und wenn ich den Ahmet ab Falle gespielte, dann würde ich mal den Ahmet ab ... Nein, ich sterb schon wieder. So einsparen. 1,5. Keinen Sinn. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. Unglaublich, ey. Keiniges zu essen. So. Oh. Die Folge ist aber richtig lange geworden. Aber ich wollte unbedingt hier noch diese Quest fertig machen. So, wir haben also diese Quest auch vollbracht. Ich würde gerne Weizenkörner. Dankeschön. Hoffentlich natürlich auch gerne das da hätte. Das kann ich nicht essen. Also muss ich Weizenkörner nehmen. Ein Weizenkorn. So. Ähm. Noch ganz schnell. Weiß nicht, ob das geht. Ich hab natürlich auch. Ich hab wahrscheinlich schon wieder keine Holze. Nee. Ein Holz. Gib mir das Holz jetzt. So. Das da hin. Das so. Ach so. Die hakt aber nicht. Ja. Natürlich nicht. Weil. Natürlich. Wenn ich das hier brauche. so. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also falls es euch das Video gefallen hat. Dann schaltet es mal wieder ein. Und. Ich hoffe es geht hier voran. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.